Das hat sich noch gar nicht bewegt. Ja, weißt du, dann wissen wir ja, was es ist. Das ist auch ein Reifen. Ja, oder ein Stein. Dann wissen wir ja schon, was es ist. Ich ahne auch, dass es das sein könnte. Dann brech ich aber zusammen. Du hast den Gefahren da drüben? Ich hab beides hier. Das ist gut. Noch 40. Geh mal, setz dich mal hin, Thomas. Ne, da nicht. So ist besser. Ich hab eben gedacht, du bist da. Schreib ich ein, Robert, rechtzeitig. 35. Mimo und mich, Seide verkürzen. 20. Oh, ne, 10 nur noch. Ich hab einen kleinen Abheer gehabt. Was da jetzt kommt. Irgendwas Großes. Katsache, ein Seeteufel. Langsam, 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 langsam. Das ist ein Einzelhaken. Überbord damit. Ja, zeig her. Nimm mir eine Hand, Robert. Wie geil, Alter. Das ist ja mal richtig cool. Mein erster. Da ist er. Geh mal weg, Thomas. Ja, Entschuldigung, ich geh schon. Geil. Boah, den kannst du nicht richtig packen. Ne, du hältst das Gab auch verkehrt. Guck mal hin. Da ist er. Ja. Guck an. Schönes Ding. Die gibt's hier also auch. Ja, aha, okay. Ja, gut. Der Teufel. Da haben wir ihn.